Wir sind Amistad, Zwillingsbrüder Josef und Jan. Die Tatsache, dass man gemeinsam mit Leuten in einem Raum oder draußen steht und mit denen was erlebt, das gerade in diesem Moment passiert, und nirgendwo anders, das ist einfach ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Mich motiviert Musik zu machen, dass ich mit Menschen teilen kann, wie es mir geht und dadurch hoffentlich auch Menschen zeigen kann, dass es allen Motiven gibt im Leben, was auch immer das auslöst den Menschen. Um nachhaltig zu sein, schauen wir, dass wir, wenn wir unterwegs sind mit dem Auto, dass wir so wenig wie möglich Autos auf Tour nehmen, zum Beispiel Freunde mitnehmen oder Fotografen, dass wir nachhaltig unterwegs sind. Eine schöne Atmosphäre hängt immer ganz von der Stimmung ab, so wie es uns geht, aber was wir danach vom Publikum zurückkriegen. Dann vielleicht noch, dass das Licht stimmt, die Sonne geht gerade unter, man ist irgendwo an einem schönen Ort und dann stimmt alles und das sind so die magischen Momente, die man nicht immer hat, deshalb schätzt man sie umso mehr, wenn sie passieren. Ich bin Jan von Amistad. Ich bin Josef von Amistad. Und was treibt dich an? Es sei tak! Es sei weniger�ng viel, wenn ich... ...